Francisco Javier Varela Garcia war ein chilenischer Biologe, Philosoph und Neurowissenschaftler, der zusammen mit Humberto Maturana vor allem für die Prägung des Begriffs Autopoisse bekannt wurde, Leben. Varela absolvierte 1967 seinen Master of Science in Biologie an der in Santiago de Chile ansässigen Universität von Chile. Im Jahr 1968 erhielt er aufgrund seiner Leistungen im Fach Biologie ein Promotionsstipendium an der Harvard University. Dort erwarb er 1970 seinen Doktor in Biologie. Es folgten diverse Lehr- und Forschungstätigkeiten, unter anderem in Santiago, Boston, New York, Paris, Zürich und Frankfurt. 1987 war er wissenschaftlicher Koordinator und Moderator des ersten Mind-and-Life-Dialogs des 1990 offiziell gegründeten Mind-and-Life-Institute, der im Oktober in den Räumen des Dalai Lama in Dharamschala U.A. mit Eleanor Roche stattfand. Auf der Konferenz wurden allgemeine Themen aus der Kognitionswissenschaft vorgestellt. Im Jahr 1988 wurde Varela zum Forschungsdirektor der Abteilung für Neurodynamik des CNS in Paris ernannt, wo er bis zu seinem Tod blieb. Außerdem war er Leiter der Neurodynamikeinheit am Hospital de la Salpetrie in Paris. Seinen letzten wissenschaftlichen Vortrag hielt Varela am 24. März 2000 auf der 8. Mind-and-Life-Konferenz. Die Unterleitung von Daniel Gullman in Dharamschala stattfand. Das Thema des Vortrags lautete wissenschaftliche Erforschung des Bewusstseins. 2001 starb Varela an seinem Krebsleiden. Unter dem Titel Monte Grande – What is Life? Schuf Franz Reichle im Jahr 2004 einen Dokumentarfilm über das Leben und Werk Varelas. In dem Film kommen neben Varela selbst zahlreiche seiner Kollegen und Freunde zu Wort, unter anderem der Dalai Lama, Heinz von Förster, Evan Thompson, Anne Harrington und Humberto Maturana. Francisco Varela war mehrmals verheiratet und ist Vater dreier Kinder, darunter Leonor Varela. Der Baum der Erkenntnis Francisco Varela hat gemeinsam mit seinem Lehrer und Kollegen Humberto Maturana die biologische Geschichte des Lebens seit Entstehung der Welt nachgezeichnet und neu akzentuiert. Hauptartikel – Der Baum der Erkenntnis Bibliografie – Deutsch J. W. Hayward Francisco Varela Gewagte Denkwege – Wissenschaftler im Gespräch mit dem Dalai Lama Zweite Auflage Pieper Verlag München, Zürich 1998 ISBN 3-492-22115-7 H. Maturana F. Varela – Der Baum der Erkenntnis Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens Goldman 1987 ISBN 3-442-11460-8 F. Varela – Kognitionswissenschaft – Kognitionstechnik Eine Skizze aktueller Perspektiven Dritte Auflage Surkamp Frankfurt am Main 1993 ISBN 3-518-28482-7 Francisco Varela – Schlaf, Traum und Tod Diederichs München 1998 ISBN 3-492-230148 F. Varela – Ethisches Können Campus Verlag Frankfurt am Main New York 1994 ISBN 3-593-350394 F. Varela – E. Thompson – E. Roche – Der mittlere Weg der Erkenntnis Die Beziehung von Nicht und Welt in der Kognitionswissenschaft Der Brückenschlag zwischen wissenschaftlicher Theorie und menschlicher Erfahrung Goldman, München 1995 ISBN 3-442-125146 Englisch H. Maturana F. Varela – Autopoiesis and Cognition – The Realization of the Living Die Reidel Publishing Co. Dordrecht Boston, London 1980 ISBN 90277-10163 F. Varela – Principles of Biological Autonomy Appleton und M. Lange 1997 ISBN 0444-003215 Die Stein F. Varela – Thinking about Biology and Introduction to Theoretical Biology Per Seuss Books 1993 ISBN 0201-6245-3-2 F. Varela – J. Schier – The View from One First Person Methodology in the Study of Consciousness Im Print Academic, London 1999 ISBN 0907-845258 J. Petitot F. Varela – B. Pachaut J. M. Roy – Naturalizing Phenomenology Contemporary Issues in Phenomenology and Cognitive Science Stanford University Press Stanford 2000 ISBN 08047-3610-3 Französisch F. Varela Invitation aux Sciences Cognitives Soil Paris 1997 ISBN 2-02-028743-9 Filmografie Franz Reichle – Monte Grande Was ist Leben? Dokumentarfilm über das Leben und Wirken von Francisco J. Varela 2006 DVD Franz Reichle Francisco Cisco Panko Dokumentarfilm Autobiografie von Francisco J. Varela 2011 DVD D. 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 Untertitelung des ZDF, 2020